Ein Gast blickt auf die luxuriöse Hochzeitsfeier von Brad Pitt und Jennifer Aniston zurück. Von dem Kaviar würde er heute noch essen, erzählt er. Am 29. Juli 2000 gaben sich Brad Pitt, 59, und Jennifer Aniston, 54, das Ja-Wort. Die Ehe hielt nur fünf Jahre. Doch das Ende war zu dem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Am Tag seiner Trauung feierte das Paar zusammen mit anderen Stars in Saus und Braus. Ein Gast hat sich nun an das Event voller Luxus zurückerinnert. Brad Pitt und Jennifer Aniston – Details ihrer Hochzeit In der aktuellen Episode von Watch What Happens Live Plaudert Michael Rappaport, 53, mit Moderator Andy Kohn, 55, über die Heirat der Hollywoodstars. Ich war auf der Hochzeit von Brad Pitt und Jennifer Aniston, verrät der Schauspieler und Komiker. Sie hatten eine Wand aus Kaviar. Ich hab sogar noch etwas übrig. Die Zeremonie sei wunderschön und der Kaviar eine sehr großzügige Geste des Brautpaares gewesen. Sagt er weiter. Eine Wand aus Kaviar. Der Moderator gibt sich ungläubig. Wie kann es sein, dass du 87 Mal in dieser Show warst und ich bisher noch nie mit dir über die Hochzeit von Aniston und Pitt gesprochen habe? Der Comedian scherzt, dass die inzwischen geschiedenen Pitt und Aniston ja mittlerweile längst aufgegeben hätten, während er sich noch immer den Kaviar ihrer Hochzeitsfeier in den Rachen schiebe. Rappaport ist seit Jahren mit Brad Pitt befreundet. Spielte mit ihm schon 1993 zusammen in dem Film True Romans. Luxuriöse Feier mit Star-Aufgebot Laut Breits gaben sich Pitt und Aniston am 29. Juli 2000 vor 200 Gästen auf einem privaten Anwesen in Malibu das Ja-Wort. Die Location soll mit 50.000 Rosen, Tulpen und anderen Blumen geschmückt gewesen sein. Die Hochzeit soll eine Million Dollar, umgerechnet etwa 900.000 Euro, gekostet und ein Feuerwerk sowie Auftritte mehrerer Bands beinhaltet haben. Unter den Gästen seien Stars wie Courtney Cox, 59, Edward Norton, 53, Salma Hayek, 56, Matthew Perry, 53, Lisa Kudroff, 60 und Cameron Diaz, 50, gewesen.